Okay, also ich starte jetzt hier die dritte Aufnahme mit Outer City, weil die anderen Aufnahmen sind irgendwie immer abgekackt, nachdem ich sie beendet hatte, das war jetzt nicht so gut, ich bekomme langsam eine heisere Stimme, also, hi Leute, wie gesagt, dieser Kanal ist eine Kooperation von F0B0, Raider irgendwas, den Namen kann ich mir nie merken und mir, und, oh, verdammt, das war jetzt eigentlich nicht geplant, ähm, ja, stopp, du räuliges Mistvieh, ist er tot? Ja, ich glaub schon. Okay, also es ist eine Kooperation von uns und wir machen darin Monster Hunter Videos und wir möchten erstmal ganz herzlich, oh, verdammt, das Ding im Weg, ähm, wir möchten erstmal ganz herzlich, ähm, Dave und Albert danken, weil sie haben gesagt, es wäre sehr einfach eine Custom Firmware zu installieren, wenn man die Original Firmware 503 hat, das hatte ich wegen Unite und, ähm, ja, das hat mir dann Mut gemacht und dann hab ich's nochmal probiert und nach 6 Stunden harter Arbeit ist jetzt endlich dieses Produkt zu sehen, eine Custom Firmware mit Remotor Light und, ähm, ja, das filme ich jetzt mit Hypercam ab und bald werden auch F0B0 und Raider, ähm, diese Custom Firmware haben, hoffe ich, wenn mein Tutorial ausreichend ist, ähm, wir sehen jetzt einfach mal was kleine Malheur hinweg, als Dave und Albert in ihrem Kupferblangonger Video alle ihre Fans als sinnlose Vollspacken bezeichnet haben und grüßen sie jetzt in jedem Video ganz und nicht nur halb, ähm, wie sonst immer, einfach nur so als Dank, ich weiß, das ist nicht sehr viel, aber ist im Moment das Einzige, was wir tun können für sie, um unseren Dank, äh, auszudrücken ähm, und, ähm, ja, bald werden neue kooperative Videos von uns folgen, zwar noch nicht in, ähm, Custom Firmware Qualität, weil sie erst am Freitag entstanden sind, ah, durch die Custom Firmware noch nicht, ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Ah, ja, genau, für alle Fans, äh, sind wir jederzeit bereit, äh, Antwort, äh, Antworten auf Fragen zu geben, ähm, wenn ihr Fragen habt, dann sendet sie einfach an reudigerathalosgedärmeatweb.de, wie es geschrieben wird, äh, steht bei unserem Kanal, ähm, oder ihr könnt auch einfach Kommentare schreiben, wir freuen uns immer über jedes Kommentar, über jeden Kommentar, ähm, unter unseren Videos und über jede Bewertung, also, geizt nicht mit Kommentaren und Bewertungen, ja, sonst gibt's nicht so viel zu sagen, wir versuchen jede Frage so gut wie möglich zu beantworten, und so schnell wie möglich natürlich auch, wir sind immer für unsere Fans da, und, ja, jetzt gibt's nichts mehr zu sagen, ich sag einfach mal, äh, ja, tschüss, bis bald. Bis bald.